Liebe Barscherlammer, in diesem Tutorial geht es ums Thema Chatterbait. Ich habe mal hier einen für Barsch und da einen für Hecht. Das ist ein sehr, sehr guter Köder. Ich würde sagen, es ist der Köder im Moment, der am meisten Druck unter Wasser macht. Und ich wollte euch einfach mal das Prinzip erklären und wie man die Dinger fischt. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich habe hier vorne, also ich habe hier unten einen Jig und habe hier eine flexible Platte. Und an dieser Platte ist unten ein Karabiner angebracht hier. Oder wie bei den größeren von Siemern, so eine Befestigungsstange mit einer Öse. Die wird natürlich an das Vorfach geknotet, beziehungsweise knote ich da auch gern die Stahlvorfächer an. Und dann passiert folgendes, wenn das Ding unter Wasser ist. Der Jig hält die Platte nach oben. Der Zug gegen das Wasser lässt die Platte hier steil stehen. Und dann kippt die unter dem Druck von einer Seite auf die andere. Das erzeugt unheimliche Vibrationen. Den seht ihr an der Routenspitze, den spürt man auch extrem. Und zusätzlich zum Druck flasht halt dieses, oder blitzt dieses Blatt, das hier silbern ist, blitzt halt auf. Sehr genialer Suchköder. Ich kann den sehr schnell fischen, kurbel den in vielen Fällen einfach durch mit Geschwindigkeitswechseln. Kann ihn aber auch immer mal antwitschen. Dann bricht er ein bisschen zur Seite aus. Ja, oder ich kann ihn auch jicken, dann blitzt das Ding kurz auf, es wird Druck erzeugt, dann fällt er runter, da passiert nichts. Dann ziehe ich ihn wieder an, Druck, Licht, Reflexe, runter. Fängt sehr gut. Also müsst ihr einfach gucken, auf was die Fische stehen. Es gibt sicher Leute, die so auch Fische fangen. Aber viel besser funktioniert es doch, wenn ich das Ganze mit einem Trailer versehe. Trailer ist eigentlich nichts anderes, als die amerikanische oder englische Bezeichnung für ein Stückchen, für ein Gummitier, das man hinten auf den Jig drauf klatscht. Und da habe ich drei Lieblingstrailer. Zum einen den Swing Impact, bei dem großen den 4.5er, den Easy Shiner und den Shared Impact. Jetzt erkläre ich euch mal, warum ich diese Trailer so gern mag und was ich mit denen mache. Dazu habe ich auch noch ein Tool, nämlich, ganz wichtig, sind auch diese Gummiperlen. In diesem Fall waren sie von Jensi. Da gibt es auch spezielle Bait Holder, das tun aber auch ganz normale Gummiperlen. Die verwende ich, um den Trailer am Haken zu fixieren. Wenn ich diese Perle hier drüber schiebe und bis hier runter ziehe, können mir die Fische den Köder praktisch nicht vom Haken ziehen. Der kann dann mal reißen, aber runtergeklaut werden kann er nicht. Sehr schön. Leiert der Köder nicht aus, kann ich mehr Fische fangen, als wenn ich keinen zum Gummi verwende. So, und jetzt zu meinen einzelnen Trailern. Der Vorteil vom Shared Impact ist, ihr seht ja, wie weich der ist. Und wenn ich den hinter diesem Shader Bait hinterherlaufen lasse, machen wir mal so, dann vibriert, also dieses Ding vibriert ohne Ende. Und diese Vibration wird dann auf dieses Schwänzchen übersetzt und diese Nadel, die vibriert dann im Hoch-High-Speed-Mode irgendwie hinter dem Köder her. Und da könnte er sicher sein, dass das keinen Raubfisch kalt lässt. Also das hier ist die hochenergetische Trailer-Variante. Etwas träger ist der Lauf von einem Swing-Impact. Aber erst dann, wenn ich, und den Tipp habe ich von Amerikanern, und es sieht dann unter Wasser auch unheimlich gut aus, Ich muss einfach diesen Schaufelschwanz in einen Hammerschwanz umfunktionieren. Und dazu schneide ich entlang der Schwanzwurzel, nämlich mache ich da einen Schnitt. So, schauen wir mal, was da übrig geblieben ist, begradige das noch ein bisschen. Immer gut, wenn die Sachen symmetrisch sind. Könnte man sich vielleicht auch das nächste Mal eine Schere nehmen. So, und jetzt habe ich eben hier diesen Schwanz um seine Schaufel dezimiert und habe nur noch die Schwanzwurzel. Und die bewegt sich dann ganz träge hinter dem Köder her. Und ja, das funktioniert wunderbar. Und selbiges mache ich mit dem Easy Shiner. Der ist dann ein bisschen schlanker, hat aber das gleiche Profil. In meinen Augen nimmt es sich nicht viel. Der bewegt sich halt ein bisschen durch die schlanke Form noch ein bisschen hektischer. Aber auch da, wie gesagt, die Schaufel weg. Ja, und dann könnt ihr die Dinger, wie gesagt, durchdrehen, jicken, twitchen, absinken lassen. Sehr variabler Köder. Für mich der Spinner der Neuzeit. Nur noch fängiger. Für mich der Spinner des 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 Spinner Vielen Dank.